Okay, die war gerade hier im Stream und hat Smash gemacht. Guck nicht so. Die hat mich gerade gesmasht und da sagt der Whitey, die Freundin von dem ist, bleib hier, komm mal her. Du schläfst jetzt unter deinem Johannesraum, das schon war ich hier. Nein, ich verarsche dich nicht. Whitey, hast du die getimeoutet für mich? Ich kann sie nachgucken. Kannst du nachgucken? Ich kann dich gar nicht smashen. Nee, aber die ist reingegangen und hat gesagt so, nice guy, smash. Und dann hat Whitey gesagt, nee, Frau, so nicht. Wenn die das wirklich gemacht hat, dann Ehre an Whitey. Ich soll sagen, wenn die das wirklich gemacht hat, Ehre an Whitey, du bist ein super Typ. Jetzt bist du der Held, meine Fresse. Mach die anderen weg, nicht uns. Das ist nicht Teil des Spiels. Nein. Nein. Er kann sich freuen. Hier, ne. Okay, da wird ein Timeout. Komm, wir gucken, ob wir ein Timeout hinkriegen. Was? Nein. Nein. Jetzt fühlt ihr euch stark, ne? Noch nicht mit die Krone an. Nein. Ach, hör auf. Ah, ist das bodenlos. Ja, wir sind vorne. Frist, dann macht das. Perfekt. Ach, Nuke. Bin dir. Nein. Was schubst denn du mich da runter, ey? Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Dann schaffen wir es nicht. Wer ist das, Alter? Ohne Scheiß. Der hat es auf mich abgesehen. Ist das einer von euch? Ist mir ehrlich. Ja, kann doch nicht sein. Geh weg. Nuke. Der schubst mich runter. Auf. Auf. Du bist nur ein Dulli, wenn man verliert wegen dir. Hör auf. Nein. Niklas. War das Niklas? War Niklas. Warum? Warum? Boah, ich fange an zu schwitzen. Okay. Konzentriert. Weiter gehe ich. Wohin ist gebrochen. Kann ich gar nicht verstehen. Das ist der Trampolin darüber. Ja. Ach so. Aber, Alter, du hast diesen Bappi nicht gesehen. Ja, aber... Willst du das jetzt erzählen? Ich dachte, das Trampolin ist Reset-Kader. Steht einfach da drüber. Ach, Rappi. Rappi! Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Schäm dich. Ich bin im Ziel. Jetzt hast du mich enttäuscht. Ich bin im Ziel. Jetzt hast du mich enttäuscht, Rappi. Das ist mir egal. Wie das die... Zeit, wenn der her ist. Ja. Ich schmeiße Stinkbombe bei dir. Warum? Wenn ich gewinne, hole ich mir ein Sub bei Rappi, nur um mehr Eier zu kriegen, um wieder auf Nein zu wetten. Ah, schön. Rappi, 16 Minuten. Hab ich. Ich kann so ein Sub selber bezahlen. Du willst mal so sagen, der Tauer verändert sich immer. Hey! Hast du mich geschockt? Ja! Ja! Hast du? Weiß ja nicht. Nein, grün. Hast du dich gerade schlecht gefühlt? Ja. Finde ich gut. Was machst du? Ich hab mich voll erschrocken. Was stimmt mit dir nicht? Ich bin auf den nicht greifen gekommen. Nee. Nee. Der hat noch nie gegrät irgendwie auf Kommando. Das geht nicht. Grät jetzt immer hinterher. Nee, das mache ich nicht. Ich muss jeden Tag mit ihm gut auskommen. Ich möchte ihn nicht jagen. Soll ich was arbeiten oder sollen wir nur quatschen? Ja, arbeite doch. Ja, was soll ich denn machen? Ich hab eigentlich gar keinen Bock zu arbeiten. Lass alle eine Krone kriegen. Hey! Schubst mich nicht. Junge! Du bist selber schuld. Geil, das ist Gameplay. Oh, verdammt! Ah, Entschuldigung! Warte, das andere. Noch nicht schaue. Okay, dann mache ich das jetzt. Deswegen sage ich. Eins. Zwei. Zwei. Hallo. ich dachte gerade du bist anders gekommen ich dachte oh mein gott das ist mein erfolgserlebnis so was würde ich aber machen dass ich so nicht zuhören glaubt ich doch lieb alter mann kein geld weggelassen doch bei vier hast du geld weggelassen gelb schon dreimal weg war ja ja du kannst es ja nicht einfach weglassen es muss ja mit dabei sein es muss ja in der reihenfolge mit drin sein boah das rätsel killt mich ja das wollte ich auch gerade schreibe dann muss ich das buch zum schluss machen vielleicht jetzt erst das ritter dinge gehen noch mal auf der dritter fällt bitte also halt mal voll drauf da auf der dritter moppelt das ist nicht das ritter moppelt da ist bei source princess das ist doch das bild erraten nee wir müssen der der rabbi hatten bild bei sich stehen und das mutter mut warte mal so bleibt jetzt er sieht okay er sieht er sieht dass die also eins ist glaube ich so eins habe ich jetzt richtig so stopp mach jetzt bewegt sich jetzt ja bist du wo bist du du bewegst dich jetzt nicht ich mach das jetzt selber der pfudelt wie der pfudelt du kriegst es doch nicht hin welche war das die in der mitte ja genau mit du bist und bleibst das alte arschgesicht und damit wachst du dich ganz aber das gammert bock gleich sie scheißen schon wieder und der freit ab und der fällt runter und jetzt ganz unten die rohre vorbei geht er wieder runter das geht kaputt da muss ich rüber da muss ich drauf nein ja ich bin hier falsch ich verlaufe mich hier was hä ah wieso falle ich durch das dach und komme was wolle ich schwöre bei gott ich spiele dieses spiel durch das ist nicht wie bei alttipp hier das macht laune das spiele ich durch Musik 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 Dere Nachladen! Nachladen! Oh! What? Ich glaub der kann das. Hau ab! Komm hier hoch jetzt! Ach du Hühnchen, ey. Ihr sehn der Bumerang verfolgt. Habt ihr das gesehen? Ey, lauf nicht durch den Schlamm. Warum? Lauf nicht durch den Schlamm. Bin ich schon. Und jetzt? Hä, nehmen sie keinen Schaden? Jetzt, nein. Ich hab voll Schaden genommen gerade. Ihr sehn der Bumerang verfolgt. Habt ihr das gesehen? Ey, lauf nicht durch den Schlamm. Jetzt bin ich dreckig. Lass doch mal ein Follow, ein Abo und eventuell ein Kommentar da. Bis dahin, macht das gut und schwenkt den Hut. Tschau zusammen!